und damit herzlich willkommen zurück zu tales of graces f ja wir machen dort weiter wo wir aufgehört haben ja wir müssen wieder in die stadt rein weil wir müssen nämlich in das in den palast am ende oder in der mitte der stadt je nachdem wo sie sich befindet halt reinbegeben auf gut deutsch gesagt und vorweg wie ich noch mal was nebenbei erwähnen ich werde jetzt wieder viele kämpfe auch machen wenn es halt wenn ich halt wieder so ein gebiet kam wo ich viele kämpfe mache einfach aus dem grund weil ich gemerkt habe in fight of fantasy 13 habe ich massive probleme mit kämpfen mit den kämpfen weshalb ich das aber gut oder weil ich massive probleme in den kämpfen habe ich habe hier diese lampe die weil ich habe wie gesagt noch mal ich habe was hier probleme bei den kämpfen in final fantasy 13 und euch das in den armen projekten verhindern möchte weil es einfach nie das so so komme ich in einem let's play projekt nie voran wenn ich nicht kämpfen kann weil ich nicht vielleicht gegner nicht klein kriege deswegen werde ich das jetzt hier so handhaben und direkt sagen kampf ist kampf es wird gekämpft und ende sozusagen wobei sagen wir erstmal ein bisschen story-technisch machen weil ich glaube jetzt nicht dass es in nächster zeit zu kämpfen kommt hier mit der stadt ich glaube es ist basiert auf den prinzipien des älth-koupling-equilibrium, hm? ähm, ja, es ist sicherlich etwas zu sehen, hm? Strata ist zu Hause des water-valkonischen Duplomars, ok? Hubert hat sicherlich in einem unglaublichen Ort gewachsen. Ich würde mich nicht überraschend sein, wenn es die leibendste Stadt der Welt wäre. Du siehst nie etwas wie das in Windor. mhm, ganz schön, hm? So ist das. Ja, er ist wirklich ein ausgezeichneter Ort, sag ich mal. Aufgewachsen, das wollte ich sagen, genau. Joa, er hat es auf jeden Fall schön gehabt, sagen wir es mal so. Hm? Wir haben was abzugeben. Entschuldigung. Entschuldigung, ich bin Asbel Launt aus dem Windor Kingdom. Ich komme mit einem Lied von Governer Hubert Oswald. Ich möchte eine audience mit dem Präsidenten. Kannst du mir helfen? Ich werde das dem Präsidenten geben. Bitte warte hier. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich denke, es war ein bisschen verrückt, dass es hier einfach nur ein Publikum gibt und ein Publikum gibt. Ich bin nicht sicher, dass es nicht so ist, Herr Lord. Der Präsidenten wird dich jetzt sehen. Aber deine Schwestern müssen nach draußen warten. Das ist gut. Wir werden nach draußen warten, danke. Entschuldigung, Leute. Ich versuche, es kurz zu halten. Gut, Glückwunsch. Danke. Ich brauche es. Bis gleich, Sophie und Co. Und Sophie, Scheria und Co. Sozusagen. Punkt. Egal, wir gehen rein. Dann begeben wir uns... Zum König. Oder wie auch immer. Wer auch immer das ist. Zum Präsidenten. So. Woh. Woh. Oh. Oh. Die Hand. Woh. Lass mich doch nicht. Komm her. Das ist Gerrit Oswell, ein starker Geschäftsführer und Adoptiver Vater von deinem Bruder. Oswald, dein Sohn hat seinen Bruder zu diskutieren, um meine vorherigen Rehabilitation zu retten. Warum so impertinent, kleine... Asbel, ich beginne mit dir. Warum hast du zu unserem Land gekommen? Herr Präsident, Launt ist aktuell auf alle Fälle. Wir brauchen die weitergelegenheit meiner Bruder, Gouverneur Oswald. Ich hoffe, dass du hier kommen und dich davon überzeugt. Ihr Ordnung wurde ausgesucht, weil Hubert gesagt wurde, dass die Wille von Strada ignoriert. However, in accordance mit dem Zusammenhang zwischen unseren beiden Nationen, seine Aktionen sind sicherlich auf der Recht. Ich schrecklich sage, dass du von schnellen Bezug auf ihn ausgesprochen und zu einer fair und rationalen Entscheidung gehören. Meine Beispiele sagen, dass dein Bruder nicht bereit sein zu sein, Gouverneur. Ich wundervere, Herr Präsident. Hubert ist in der höchste Begründung von allen Mitgliedern der Worte. Interessant. Ich habe hier sehr unterschiedliche Dinge gehört, Herr Gerrit Oswald. Ich habe die Begründung, um zu fragen, dass ich dein Bruder über die Situation direkt zu fragen konnte. Der erste Plan war, um eine viel größere Begründung von Lung zu unter unseren Kontrollen zu kommen. Und in turn, um die Begründung von Kreas zu erhöhen. Die Begründung von Kreas zu erhöhen, um die Begründung von Kreas zu erhöhen. So dann, Oswald. Es scheint, dass du, Huber, auf die Gründung von Kreas zu erhöhen. Die Begründung von Kreas zu erhöhen. Die Begründung von Kreas zu erhöhen, um die Begründung von Kreas zu erhöhen. Und du denkst, um das zu erhöhen, um mich zu erhöhen. Du musst mich als eine Böse nehmen. Diese Aktionen gehen außerhalb der persönliche Begründung. Sie sind die Begründung von Kreas zu erhöhen und zu erhöhen, gegen diese Nationen. Oh, Böse. Herr Präsident, du weißt, wie hart ich gearbeitet habe, um Lung zu erhöhen. Und du würdest mich trotzdem alle Aufmerksamkeit zu erhöhen? Du wirst es einmal machen, oder ich werde das Regulatörer-Kommittet über deine grossen Abüse der Macht. Wie du möchtest. Obwohl ich bestimmt noch ein paar Mal mit ihm zu tun habe, denke ich mal. Herr Präsident! Wenn du dein junger Rundherr in einem sehr hohen Rundherrn in Deutschland ... er ist eine excepterliche Person, Herr. Und ich glaube, er kann als ein Link zwischen Strada und Mont. Ich vertraue ihm auch für das. Aber... ... es gibt keine Begründung von dem Fakt, dass seine aktuelle Methoden unser Land von Kreas zu erhöhen. Wenn das nicht verändern wird, werde ich letztendlich erinnern, zu erinnern. Aber... Persönliche Gefühle haben keinen Platz, wenn sie mit der Wettbewerb einer Nationen entspricht. Aber wenn das Problem der Kreas zu lösen wäre, dann würde ich nicht wiederholen, Hubert. Herr Präsident, bitte. Gib mir nur ein wenig Zeit. Das ist kein Problem, der schnell zu lösen kann, Herr Lunt. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Ich verstehe, Herr. Aber ich muss versuchen. Na dann. Auf geht's. So. Na dann. Auf geht's. So. Rede mit der Gruppe. Dann tun wir das mal. Dann gibt es eigentlich nichts für uns weiter zu tun. Da sind sie ja. Unsere vier Kollegen. Auf geht's. Auf geht's. Was war der Präsident? Huh? Wir haben ihn vorher. Erinnerst du den Mann in Sable Izole? Und später bei der Rockagon. Huh? Das war er? Das bedeutet, dass die Diskussion gut ging, oder? Ja? Nicht genau. Als Dinge standen, Hubert's Recall ist ziemlich gut. Wahrscheinlich, Strata hat ihren Militär in Wann zu nehmen, um ihre Kreuz zu nehmen. Aber sie können nicht die Menge von Kreuz sie wollen, mit den Methoden Hubert. Also werden sie ihn verletzieren. Wenn wir ihn verletzieren, müssen wir etwas machen über Strata's Kreuz. Das ist ein sehr schwierig für eine Person zu lösen. Ich verstehe nicht, warum sie die Wendor's Kreuz brauchen. Ich meine, sie haben ihre eigene Kreuz, oder? Jetzt, dass du es erwähnt hast... Das ist ein bisschen wunderschön. Es sollte keine Kreuz mit einem Kreuz mit einem Kreuz. Vielleicht gibt es hier etwas mit dem Kreuz. Wir sollten mit Menschen sprechen, oder was auch immer. Ja? Das ist eine gute Idee. Wir sind bei 10 Minuten knapp, genau. Ja, guck mal. Huh? Huh? Also, die Entscheidung zu verletzieren Lant war nur von Herrn Gerrit Oswald? Dann muss er sein, dass er mit dem Archduke Cedric entspricht. Das bedeutet, dass Hubert sich gegen seinen eigenen Vater adoptiert hat? Es scheint, Hubert hat entschieden, um zu retten Lant zu retten. Auch bei der Risiken seiner eigenen Position. Hey, warte, warte, warte! Also, das bedeutet, dass kleine Junge in Probleme ist, oder? Ja. Aber ich werde bei Hubert, dass ich ihn trotzdem retten kann. Ich werde die Präsidentin' Kooperation brauchen. Also, für heute, los geht's zur Stadt. Wir können unterscheiden und lernen mehr über den Valkonisten Kreuz. Das ist ein Plan. Das ist ein Plan. Na dann... Wollen wir mal. Ich guck mal kurz, ob ich jetzt... Ob ich Schnellreisesystem einsetzen kann. Einfach nur aus dem Grund, damit das schneller geht. Ähm... Wir müssen... Warte mal. Wir müssen hier hin, ne? Rede mit den Dorfbewohnern. Okay, dann müssen wir erstmal hier bleiben. Okay. So. Ich werde übrigens das nicht vorlesen. Hm. Weil... Erstens dauert es zu lange und zweitens... Das macht Sinn. Wir müssen ja bloß erfahren, wie es hier... Irgendwas... Wir müssen ja bloß... Irgendwas in Erfahrung bringen. Also von daher. Oh, oh. Hi. Ich bin sehr in Eile. Okay. Ich bin sehr in Eile. Na dann. Schaust. Ich bin sehr in Eile. Seltsame Kerl. Na dann, suchen wir ein paar Leute, mit denen wir reden können. Ich müsste mal mehr den Mund aufmachen, damit man mich besser versteeeet. Denn manchmal spreche ich doch sehr unnötig. Äh, ja. Ich gucke gerade mal. Ich finde gerade niemand, mit dem ich reden kann. Mit dir vielleicht? Dies ist nicht die richtige Richtung. Ja, 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 ist ja gut. Ich will ja auch nicht raus. Ich wollte bloß mit der Person, die da steht, reden. Aber wenn du das nicht willst, dann lasse ich das halt. Ist noch irgendwas? Irgendwann war gerade noch hier noch? Hey, warte mal! Ah, ne, da kommen wir nicht mehr ran. Warte auf die da, die da angestenzelt kommt. Ich bin hier noch jemand gesehen. Das war bestimmt die, die hier hinlufen. Hier ist noch jemand? Ne, hier auch nicht. Ich denke mal, hier wird es auch keinen weiter geben, der uns noch weiter helfen kann. Ich denke mal, wir müssen einfach weiter runter. Da steht noch einer. Können wir hier lang? Da sagt er, das ist nicht die richtige Richtung. Ja, das ist nicht die richtige Richtung. Das weiß ich auch, dass das nicht die richtige Richtung ist. Ich wollte, wie gesagt, nur nach Leuten suchen, mit denen ich reden kann. Oh, die sehen sehr wichtig aus. Ich denke, wir sollten einen offiziellen Protest bei der Regierung einreichen. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Ich gehe gleich nach Hause, um es meinem Mann zu besprechen. Ich denke, wir können die Regierung nicht davon kommen lassen. Womit? Was ist denn hier los? Was geht hier ab? 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 Ja, das wollte ich eigentlich nicht unbedingt wissen. Wahrscheinlich überspringt es uncool. Das ist klar gesagt. Aber überspringt es besser nicht. Das ist total uncool. Wow. Ja. Beim ersten Mal durchspielen sowieso nicht, wenn ich noch nichts kenne. Dann gucke ich mir natürlich alles an. Also, Sequenzen überspringen tue ich eigentlich nur, wenn ich das Spiel schon mal durch habe und ich spiele halt schnell durch. Haben will. Wie nochmal. Aus welchen Gründen auch immer. Oder wenn ich es nachspielen nochmal. Wenn ich sage, wie bei Final Fantasy zum Beispiel, wenn ich es da sage. Ja, ich... Ich muss das Spiel jetzt nochmal nach... ... nochmal auf den Stand von, äh... ... was weiß ich wann zurückbringen. Dann... Dann breche ich das Spiel durch. Dann überspringe ich alles mögliche. Alle Sequenzen und so weiter. Aber im Normalfall überspringe ich keine Sequenzen. Es sei denn, es passiert natürlich aus Versehen. Das kann ja natürlich immer passieren, ne? Und doch. Ja, roter Wein, weißer Wein. Und du mit deinem... Wei, du bist so ein Weinkoster. Miau. Mau. 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 Er gibt einen Fisch. Gib einen Fisch. Wir geben einen Lachs. Vielleicht schmeckt der Lachs. Da. Oh. Keine... Keine Reaktion weiter. Na gut. Wir sind einfach mal nett. Wuh. Du... 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 Hier... Hier... Hier ist Schum. Hier ist Schum. Voll die Schum, ey. Oh, da steht jemand. Da steht jemand Mein Vater ist Soldat, ja Auch so war er anwesend Gibt's noch irgendwas? Oh, ja, hier gibt's was Irgendwas wichtiges Oh, der ist sauer Ich berufe den Notfallmilitär Bese, bese, bese Da hat wohl jemand was vor Na gut, dann gehen wir wieder In deinem eigenen Haus hast du natürlich deine Befehlsgewalt Das ist natürlich Richtig, aber Da können wir auch nichts gegen machen Bei also einem so unangenehmen Zeitgenossen Will ich sowieso nicht länger als nötig bleiben Also von daher Tschüss Gibt's schon noch irgendjemand, mit dem man reden kann? Ich laufe ein paar Rundchen Naja, wir gehen weiter Was gibt's noch? Rede mit den Dorfbewohnern Ich finde einfach keine weiter, wenn ich reden kann Die Stadt hat so wenig Dorfbewohnern Was willst du denn da Protest machen? Das ist ja schon Das ist Naja, das bringt irgendwie nix Ach soo, ich glaube, ich muss die Leute suchen, die gerade so ein Dings haben, so eine So, solche Symbole über dem Kopf Ich glaube, diese Erzähl mir irgendwas Wichtiges Warte ich jetzt mal Sonst hat sie noch die einzelnen Häuser ab? Ich gucke auf die Uhr, wir sind Oh, wir sind 18 Minuten Ja, ich meine Die normalen Let's Play Pals kann ich aber Ja, 20 Minuten knapp lassen Das wollte ich ja so machen Ich hatte bei Ich glaube, wo war es bei Dads Play Hatte ich ja mal gesagt Dass ich 15 Minuten mache oder so Wobei ich die auch dann irgendwann auf 20 Minuten Nehme oder so Hallo Oh, da schießt jetzt noch jemand Aber ich nutze die Speierpunkte Der hier jetzt ist Der hier ist quasi Dazu, um einen Cut zu machen Also bis zum nächsten Mal Ciao